Es war jetzt überraschend, weil ich eigentlich heute hierher gefahren bin und gedacht habe, es gibt einen zweiten Wahlgang. Wir haben noch kein endgültiges Ergebnis. Wir hatten uns vorher in Uitzhausen getroffen und als wir ins Auto einstiegen, dachte ich auch, naja, wir werden uns in drei Wochen wirklich wiedersehen. Und als wir hier ausgestiegen sind in Schlitz, war es dann knapp vorne. Dass bei vier Kandidaten das in einem ersten Wahlgang klappt, ist wirklich überraschend für mich und auch eine tolle Leistung, super Ergebnis für Heiko. Also, ich muss aber auch sagen, auch die Mitbewerber, insbesondere Child and Can, haben einen sehr, sehr guten Wahlkampf gemacht, sehr erfrischend. Ich habe ihm das auch gesagt. Ja, und jetzt steht die Arbeit für Schlitz an. Ich glaube, da gibt es einiges zu tun. Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit, auch mit Heiko Simon. Perfekt, vielen Dank, das war es schon.